Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe Mathematik befinden wir uns hier in der siebten Vorlesung, wo es um das Rechnen und Umstellen von Variablen geht, dritte genau um die Addition und Subtraktion. Wie gehen wir dabei vor? Nun, natürlich erstmal die Addition von Variablen und die Subtraktion von Variablen, das sind ja die Grundlagen dazu, und dann drittens, wo wir das beides zusammenführen und Gleichung mit Variablen umstellen werden. Fangen wir an! Natürlich mit der Addition von Variablen und hier gilt grundsätzlich im Prinzip, alles was für das Rechnen der Zahlen gilt, geht ebenso für das Rechnen Variablen, denn wenn man sich überlegt, was eine Variable ist, ist das im Prinzip nichts anderes als eine Zahl, die wir noch nicht kennen und deswegen als Buchstabe schreiben. Sie heißt Variable, weil sie halt immer anders sein kann. In verschiedensten Formeln werden Variablen angewendet, zum Beispiel Groß A ist gleich A mal B, also die Fläche von einem Quadrat wäre das, und ja, diese Formel gilt halt allgemein, aber A und B können halt immer anders sein, und wenn man sie kennt, wären sie zu einer Zahl. Bis zu dem Moment sind sie Variablen. Dadurch ist natürlich sichergestellt, dass sie eine Zahl ist, und damit greifen natürlich auch die Gesetzmäßigkeiten der Zahlen, weshalb auch die Regeln gelten, und deswegen gilt auch die Grundform der Addition für Variablen, Y ist gleich A plus B plus C plus und so beliebig weitere. Dabei müssen wir bedenken, dass Variablen, die zur Summe Y führen, die Summanden A, B, C und so weiter sind. Das ist alles ja noch aus der Addition bekannt. Als Beispiel mal die Aufgabe 2 plus 4 plus 6. Da wäre A 2, B 4 und C 6. Y wäre dann natürlich die Summe, und die wir Werte 12 betragen. Wenn wir das nun mal nur rein logisch betrachten, das ist nicht unbedingt wichtig, aber für das Verständnis sehr sinnvoll, können wir in diesem Fall eindeutig erkennen, dass C dasselbe wie A plus A plus A ist, oder halt 3A, weil 2 plus 2 plus 2 ergibt ja 6, B dementsprechend A plus A ist, oder 2A, und wenn wir das für C und B einsetzen, erhalten wir eine vereinfachte Formel, aus Y ist gleich A plus B plus C, wird Y ist gleich A plus A plus A, die Klammern habe ich noch zwar deutlich schon hinschrieben, die sind selbstverständlich nicht nötig, plus A plus A plus A. Man könnte natürlich die Klammern, wie ich es schon sagte, weglassen, und dann könnte man auch sagen, in dem Fall wäre Y gleich 6A. Solange aber für A, B, C keine Zahlen bekannt sind, müssen wir halt A plus B plus C stehen lassen, weil wir nicht wissen, wie ihr Verhältnis zueinander ist. Hier konnten wir das Verhältnis ganz gut sehen, und deswegen vereinfachen. Machen wir mal eine Probe, denn wir wissen ja, dass A gleich 2 ist, haben wir ja oben gelesen, setzen wir das ein, haben wir Y ist 6 mal 2, und das ergibt 12. Ist also vollkommen richtig. Und da sind wir auch schon bei der Subtraktion von Variablen. Ja, auch hier gilt natürlich das Gleiche, wie was auch bei den rechnenden Zahlen gilt. Die Grundformel bleibt immer gleich. Bei einer Subtraktion ist es dann Y ist gleich A, minus B, minus C, minus beliebige weitere. Und die Variablen, die zur Differenz Y führen, sind dabei der Minuend, in dem Fall A, und die Subtrahänden, das sind alle, die darauf folgen. Bei der Aufgabe 6, minus 4, minus 2, wäre in dem Fall A 6, B 4, C 2, und Y wäre die Differenz, als das Ergebnis, wenn man so möchte, das wäre natürlich 0. Und auch hier können wir wieder das, da wir jetzt der Zahlen haben, vereinfachen. Wir sehen hier, A ist dasselbe wie C, plus C, plus C, oder 3C, B ist dasselbe wie C, plus C, oder 2C, und wenn wir das wieder einsetzen, in die Grundformel Y ist gleich A, minus B, minus C, bekommen wir heraus, Y ist C, plus C, plus C, minus C, plus C, minus C. Man könnte also auch sagen, weil das etwas nervig zu sprechen ist auch, Y ist dasselbe wie 3C, minus 2C, minus C. Hier in dem Fall sind die Klammern wichtig, weil sonst ja natürlich ein anderes Ergebnis rauskommt. Und dann haben wir stehen, wenn wir sie jetzt, können wir sie direkt lassen, 3C, minus 2C, minus C, und damit ist Y 0C. In dem Fall können wir sagen, Y ist gleich 0, denn egal welche Zahl man mit 0 multipliziert, es kommt immer 0 raus. Von daher ist es irrelevant, wie groß C ist, es wird E 0 rauskommen. Okay, machen wir eine Probe. C ist 2, wir setzen das ein, Y ist 0 mal 2, das ist 0, eine große Kunst. Was noch gut zu wissen ist, zwischen Variablen und dem Faktor steht unsichtbar ein Malzeichen. Ich habe jetzt hier ein X geschrieben, aber mathematisches Mal wäre korrekter. Also 4A ist in dem Fall dasselbe wie 4 mal A. Ist kein Unterschied, ist nur eine verkürzte Darstellungsform, weil ein Grundgesetz der Mathematik immer greift, egal wo wir uns befinden. Mathematiker sind faul, sie kürzen ab, suchen sich Kurzzeichen und vereinfachen, soweit sie können. Und, wenn wir ehrlich sind, im Prinzip ist das auch gut so. Hier gilt noch etwas, und zwar hat eine Variable den Faktor 1, wird dieser nicht geschrieben. Also man sagt, statt 1A oder 1X oder was auch immer, A oder statt minus 1A einfach minus A. Okay, für die Addition und Subtraktion von Variablen gilt, nur gleiche Variablen können addiert bzw. subtrahiert werden, da diese Vielfache derselben Zahl sind. Das heißt, sofern wir keine Zahl haben und nicht wissen, wie groß A, B, C, D, E, F, G, Y, Q, R, was auch immer, können wir diese nicht zusammenrechnen, nur wenn sie die gleiche Variable darstellen. Hier mal ein Beispiel. Y sei 2A plus 3A plus 4B minus A minus 2B. Wir können alle gleichen Variablen zusammenrechnen, das heißt, 2A, 3A und minus A können wir zusammenrechnen und 4B und minus 2B, die können wir zusammenrechnen, weil die Variable gleich ist, nur die vorangestellte Zahl ist anders, den nennen wir dann nebenbei Faktor. Okay, vereinfachen wir das, 2A plus 3A ist 5A, minus 1A haben wir 4A, es verbleibt 4B minus 2B und das ergibt plus 2B. Wir haben dann insgesamt und Y ist gleich 4A plus 2B. Solange wir halt nicht sicher sind, ob verschiedene Variablen dieselbe Zahl darstellen, können wir sie nicht zusammenrechnen, denn wenn gelten würde, Y ist 4A plus 2B und A wäre 2 und B wäre 3 und wir das einsetzen würden, wir kommen auf 4 mal 2 plus 2 mal 3, wäre 8 plus 6, das wäre 14 und wir wissen, das ist richtig. Wenn wir aber A und B zusammenrechnen, was verboten ist, weil wir davon ausgehen, A und B wären aus irgendeinem Grund dieselben Zahlen, würde folgendes passieren, wir hätten natürlich wieder Y ist 4A plus 2B als Ausgangsformel und A und B wären natürlich auch wieder gleich. Jetzt behaupten wir, wir könnten sie zusammenrechnen, das heißt A wäre gleich B, dann hätten wir 6A oder 6B, je nachdem, was wir nehmen und wir hätten dann also Y ist gleich 6 mal 2 oder 6 mal 3 und wir hätten 12 oder 18 und das ist selbstverständlich falsch. Deswegen verboten, solange man kann zwar Variablen zusammenrechnen, wenn sie dieselben Variablen sind, egal welche Faktoren sie haben, aber wir können nicht verschiedene Variablen zusammenrechnen, dann kommen wir auf ein falsches Ergebnis. Machen wir dazu mal eine Übung, diejenigen, die Videos schauen, kennt das schon, aber ich wiederhole es trotzdem gerne, löst folgende Aufgaben, in dem Fall sollt ihr sie auch so weit wie möglich zusammenfassen, richtig lösen ist halt nicht immer möglich beim Rechnen mit Variablen. Ihr pausiert am besten das Video und nehmt euch Stift und Papier, den Kopf, was auch immer, rechnet das aus, löst es. Ich springe zur Lösung, ihr klickt auf Weiter und dann schauen wir mal, was rauskommt. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. Bei A layoutet ihr die Aufgabe 2A plus 4B plus 2,5A plus 6B. Wir können also die As zusammenfassen, 2A plus 2,5A sind 4,5A und die Bs können wir zusammenfassen, 4B plus 6B, das sind 10B. Weiter geht's nicht, solange wir nicht wissen, wie groß A und B sind. B war 2K plus 7E minus 8K plus 5K. Wir können also die Ks zusammenfassen, 2 minus 8 sind minus 6, plus 5 ist minus K und die 7E verbleiben. C 1,5F minus 2,5L plus 0,5L plus 2L ergibt 1,5F, weil die ganzen L sich sozusagen rausrechnen. D minus 6A plus 4B minus 2C plus 8B minus 2A. Wieder die As und die Bs zusammenrechnen, das minus 2C können wir nicht weiter vereinfachen. Dann kommt raus, minus 8A plus 12B minus 2C. E 15B minus 12P plus 8P plus 7B minus 3P. Rechnen wir das zusammen, kommen wir auf 22B minus 7P. F 12U plus 6Z plus 14W minus 5Z minus 12UW. Aufgefasst, das ist doppelter Buchstabe, das ist eine ganz andere Variable, das ist nicht U, das ist nicht W, das ist UW plus 38Z minus 44WZ. Ist dasselbe wie 12U plus 14W plus 39Z minus 12UW minus 44WZ. Wir können halt die nicht zusammenfassen, auch wenn dieselben Buchstaben drin sind. Das ist nicht irgendwie die Hälfte oder so, sondern das ist einfach unbekannt. Das ist eine ganz andere Variable. Oder aber das Produkt der Variable W und Z. Aber in beiden Fällen hilft uns das nicht weiter. So, damit kommen wir zum Hauptteil, den Umständen von Gleichungen mit Variablen. Das andere war ja fast nur Wiederholung, halt nur, dass wir statt nur Zahlen auch Buchstaben hatten. Okay, was ist erstmal eine Gleichung? Das ist immer eine Rechenoperation, wo Operatoren wie istgleich, kleiner als, größer als, gibt noch mehr, größer, gleich, äquivalent und so weiter vorkommen. Und diese Gleichungen können verschiedenste Formen annehmen. Wobei jedoch gilt, es gibt immer nur einen Operator. In einem Beispiel, A plus B plus C sei dasselbe wie Y minus Z mal D, äh, doch mal D, stimmt schon. Das Umstände einer Gleichung bedeutet, dass man mittels Rechenoperationen die Variablen, oder halt auch Konstanten, Variables halten unbekannte Zahlen, eine Konstante ist eine, die mal gleich, festgesetzt wird die Lichtgeschwindigkeit, die 300.000 km pro Sekunde hat, von einer Seite auf die andere Seite des Operators bringt. Das ist halt immer dann nötig, wenn man eine Gleichung vereinfachen will, oder nach einer Unbekannten umstellen möchte. Das werden wir aber gleich sehen. Wie geht man dabei vor? Also um eine Gleichung umzustellen, ist es halt nötig, auf beiden Seiten des Operationszeichens eine Operation auszuführen, welche die gewünschte Variable auf der gewünschten Seite verschwinden lässt. Klingt erstmal kompliziert, ihr seht, dass es gar nicht so schwer wird. Dargestellt wird diese Operation mittels eines senkrechten Strichs am Ende der Gleichung. Der senkrechte Strich bedeutet, dass man auf beiden Seiten des Operators dieselbe Aktion durchführt oder Operation durchführt. Das Ziel dabei ist natürlich, auf einer Seite eine gesuchte Variable zu bringen und auf der anderen Seite alles andere. Auch lassen sich Gleichungen, bei denen sich gleich Variablen auf beiden Seiten befinden, dadurch vereinfachen, indem halt die Variablen und Konstanten zusammengefasst werden können. machen wir ein Beispiel. Wir suchen A, das heißt, wir werden die Gleichung nach A umstellen. Die Gleichung lautet 2A plus 4 ist gleich A minus 2. Das heißt, auf einer Seite möchten wir nur A stehen haben oder A's und auf der anderen Seite alles andere. Wir müssen also umstellen. So, das hatte ich gerade gesagt. Da war ich etwas zu forschenen. Was machen wir also? Ich entscheide mich, ich möchte auf der linken Seite A stehen haben. Das heißt, dass A auf der rechten Seite stört. Im Prinzip steht da ein A. Um das wegzukriegen, muss ich auf der rechten Seite minus A rechnen, weil A minus A null ist und damit ist es weg. Aber laut den Gesetzen des Umständs muss ich dann auf der anderen Seite auch minus A rechnen. Deswegen der Senkrechtricht. Führen wir das an, haben wir 2A plus 4 minus A, das ich hinzugefügt habe. Das ist selbe wie A minus 2 minus A. Rechts löst sich das A auf. Links haben wir dann stehen A plus 4 und dann ist gleich minus 2. Jetzt muss ich noch die 4 rüberbekommen. Da steht plus 4, das heißt, wenn ich sie von der linken Seite weghaben möchte, muss ich minus 4 rechnen. Das muss dann allerdings auch auf der anderen Seite. Wir haben da also stehen, A plus 4 minus 4 ist dasselbe wie minus 2 minus 4. Links bleibt stehen A. Rechts kommen wir auf minus 6. Damit haben wir die Gleichung gelöst. A ist minus 6. Darum machen wir auch eine Probe. Wir setzen für A mal minus 6 ein und schauen, was rauskommt. Das war die Ausgangsgleichung. Ich setze mal minus 6 ein. Dann haben wir stehen, 2 mal minus 6 plus 4 soll dasselbe sein wie minus 6 minus 2. Das heißt, wir haben minus 12 plus 4 ist dasselbe wie minus 8. Minus 8 ist minus 8. Das ist eine wahre Aussage. Die Probe ist erfolgreich. Haut allzu hin, was wir gemacht haben. Wunderbar. Okay. Ich habe euch das jetzt gezeigt. Jetzt seid ihr dran. Die Aufgabe lautet, löst folgende Aufgaben mittels Umstellen und fasst das so weit zusammen wie möglich. Ich gebe euch dabei vor, dass auf der linken Seite des Operators nur die Variable stehen soll, welche möglichst weit am Anfang des Alphabets steht. Also A, dann B, dann C. Hier ist noch ein kleiner Hinweis. Es kann sein, weil ich jetzt noch nicht mal und geteilt durch in dem Fall mache, und wir es brauchen würden, damit wir auf eine direkte Aussage kämen, dass zum Beispiel, wenn es nach A gestellt wird, links durchaus stehen kann 5A. Normalerweise teilt man durch 5, das kommt aber in der späteren Vorlesung. Sortiert sozusagen, in Anführungszeichen, erstmal alle nach links oder rechts von Gleichheitszeichen oder Operationszeichen. Ich wünsche euch viel Erfolg, springe ich schon mal zu den Lösungen. Ihr pausiert am besten und wir schauen mal, wie weit wir kommen. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung. A war 4A plus 2, sei 3A minus 1. Ich möchte links das A haben, darum muss es rechts weg. Ich rechne auf beiden Seiten minus 3A. Da komme ich auf A plus 2, ist gleich minus 1. Jetzt muss noch die 2 weg. Ich rechne also minus 2 auf beiden Seiten. und es verbleibt A ist gleich minus 3. B. 10B minus 9 ist minus 6 plus 5B. Ich möchte nach B umstellen, deswegen muss ich minus 5B auf beiden Seiten rechnen, damit es rechts weg geht. Links verbleibt dann 5B minus 9 und rechts ist gleich minus 6. Jetzt muss noch die minus 9 weg, also muss ich auf beiden Seiten plus 9 rechnen. und es verbleibt 5B ist gleich 3. Normalerweise müsste man jetzt noch durch 5 teilen, da hätten wir B ist gleich 0,6. Aber wie gesagt, Multiplikation und Division kommt später. Wir lassen es erstmal so stehen. C. Minus 8C minus 7 ist gleich minus 5C minus 9. Ich rechne auf beiden Seiten plus 5C. Dann bleibt links minus 3C minus 7 ist gleich minus 9. Dann muss noch die minus 7 weg, darum rechne ich plus 7. Es verbleibt minus 3C ist gleich minus 2. D. 2A minus 3D plus 17 ist gleich 14 plus 3D minus 6A. Ich rechne plus 6A. Dann verbleibt 8A minus 3D plus 17 ist gleich 14 plus 3D. Plus 3D. Dann habe ich 8A plus 17 ist gleich 14 plus 6D. Dann minus 17, damit ich links nur noch das A habe. Dann verbleibt 8A ist gleich minus 3 plus 6D. E. 15B minus 7E minus 18 ist gleich minus 5 minus 7E minus 10B. Ich rechne auf beiden Seiten plus 7E. Es verbleibt 15B minus 18 ist gleich minus 5 minus 10B. Wunderbar, da ist gleich auf beiden Seiten verschwunden. So, jetzt rechne ich noch plus 10B. Ich habe dann 25B minus 18 ist gleich minus 5. Um die minus 18 wegzubekommen, reche ich noch plus 18. Und es verbleibt 25B ist gleich 13. F. 4A plus 6B minus 8C minus 10D ist dasselbe wie 5C minus 7A minus 9D minus 15B. Ich möchte erst noch auf der linken Seite die A's haben, deswegen muss ich plus 7A rechnen, damit das rechts verschwindet. Ich habe dann 11A plus 6B minus 8C minus 10D ist gleich 5C minus 9D minus 15B. Jetzt bringe ich die ganzen anderen Variablen rüber. Fange mit den B's an, also minus 6B. Dann habe ich 11A minus 8C minus 10D ist gleich 5C minus 9D minus 21B. Das C bringe ich jetzt rüber, indem ich plus 8C rechne. Es verbleibt 11A minus 10D ist dasselbe wie 13C minus 9D minus 21B. Und jetzt noch das D, in dem ich plus 10D rechne. Und ich habe stehen 11A ist gleich 13C plus D minus 21B. Ja, damit sind wir am Ende der Vorlesung angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, über eine gute Bewertung, Abonnements, Daumen hoch und so weiter, würde ich mich freuen. Wir hören uns später zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut oder sogar besser. Tschüss.